Hallo miteinander! Obwohl die Welt so weit entwickelt scheint, gibt es immer noch Regionen, in denen es kein sauberes Wasser, keine medizinische Versorgung und oft auch Hunger gibt. Am häufigsten ist das in Afrika der Fall, jedoch ganz im Gegensatz zu Ägypten. In dieser Ausgabe erzählen wir euch, warum Ägypten die Wiege der Zivilisation war und welche Industrien es heute beherbergt. Die Arabische Republik Ägypten liegt in Nordafrika und im Nahen Osten. Das Gebiet wird von den Gewässern des Mittelmeers und des Roten Meeres umspült, welche beide durch den Suezkanal verbunden sind. Außerdem fließt durch die Landschaft Ägyptens einer der größten Flüsse der Welt, der Nil. 96% des Territoriums bestehen aus Wüsten, während sich die restlichen 4% fruchtbaren Bodens im Niltal befinden. Es war genau der Fluss, der zur Entwicklung der Zivilisation beitrug und die Quelle des Liebens ist. Im Sommer ist es in der tropischen Klimazone sehr heiß und die Temperatur erreicht bis zu 50 Grad, während nachts die Temperaturen in den Wüsten oft auf minus 5 Grad fallen. Es gibt wenig Niederschlag. Nur im Norden erreicht die Menge rund 200 Millimeter pro Jahr. Ägypten verfügt über eine gut entwickelte Tourismusinfrastruktur. Weiters wird hier Baumwolle angebaut, rund 3% der Weltproduktion. Weiters entwickelt sich hier die Textilindustrie mit Konzentration auf Baumwollgarn. Ein weiterer Teil der Wirtschaft entfällt auf die Bekleidungs- und Lebensmittelindustrie. Und auch die Landwirtschaft ist gut entwickelt. Darüber hinaus wird im Nil viel Fisch gefangen. Poliflossen, Zahnkarpfen, Tigerfische, Felser und afrikanische Karpfen. Das Nilwasser wird zur Bewässerung und Düngung von Feldern genutzt. Und mit der heutigen modernen Technik wird die Wasserkraft des Nils für die Stromerzeugung verwendet. Die gesamte schiffbare Strecke auf dem Nil beträgt 3.200 Kilometer und erstreckt sich hier auch auf den Yusuf, Ibrahimaia und andere Kanäle. Es ist erwähnenswert, dass der Nil im Unterlauf regelmäßig über seine Ufer tritt und das Tal überflutet. Daraufhin bleibt eine Schlickschicht auf dem Boden zurück, welche ein ausgezeichneter Dünger ist. Bereits 1970 baute die Regierung den Asuernstaudamm und durch dieses Bauwerk ist es möglich, die Flut zu kontrollieren. Allerdings ist daher auch die Menge an natürlichem Dünger zurückgegangen. Und man muss heute zusätzlich auf chemische Düngermittel zurückgreifen, welche die Böden auslaugt. Deshalb war es notwendig, einen Ausweg zu finden, um keinen Hunger zu riskieren und nicht von Importen abhängig zu sein. So beschlossen die ägyptischen Behörden, sich auf die Fischindustrie zu konzentrieren. Und die erste moderne Fischzucht entstand bereits im Jahre 1930. Mit der Zeit wurden mehrere weitere Unternehmen aufgebaut. Und 1978 verabschiedete die Regierung einen umfassenden Entwicklungsplan für diesen Sektor. So sollten bis 1985 14 Fischfarmen gebaut werden, durch die dann 45.000 Tonnen Fisch pro Jahr produziert werden. Dieser Plan ist aufgegangen und somit wurden Fischprodukte für die gesamte Bevölkerung erschwinglich. Die Industrie entwickelte sich weiter und im Jahr 2012 stieg die Anteil der Fischfarmen auf 500 bei rund einer Million Tonnen Fisch. Die meisten dieser Farmen sind in Privatbesitz und befinden sich in der Regel im Nilflussdelta. Da diese vielen Fischfarmen auch speziell ausgebildetes Personal benötigen, hat dies gleichzeitig zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Entwicklung von Bildungseinrichtungen geführt. Allerdings ist das Klima ein Problem für die Fischindustrie. In der warmen Jahreszeit ist die Wassertemperatur genau richtig für die Entwicklung und Fortpflanzung. Doch die Wintertemperaturen wirken sich negativ aus. In der freien Natur können Fische die Wassertiefe wechseln. Doch in künstlichen Gewässern ist die Tiefe nicht groß genug. Und um ein Absterben zu verhindern, erweitern die Unternehmen die Fischgewächshäuser. Neben dem Klima ist der Platzmangel ein weiteres Problem. So wurde beispielsweise in Behir ein neues Gasvorkommen entdeckt. Und daher wird die Schließung geplant. Im Jahr 2017 begann das Nationale Fischerei- und Aquakulturunternehmen Ägyptens, zusammen mit dem chinesischen Unternehmen Evergreen, die Megafarm Berkert Galyun zu bauen. Die erste Phase dieses Großprojekts startete im Jahr 2021. Und die geplanten Kosten für die erste Phase betragen 1,7 Milliarden ägyptische Pfund. Vor der Eröffnung der Farm war die naheliegende Stadt ein ziemlich deprimierender Ort. Die Menschen verließen sie auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Doch heute beschäftigt diese Farm 10.000 Menschen und hängt mit 30.000 Arbeitsplätzen zusammen. Daher ziehen Spezialisten aus allen Regionen Ägyptens hierher und bevölkern die Stadt von Neuem. Die Aquafarm ist ein ziemlich komplexes Gebilde. Es besteht aus den neuesten Inkubatoren und verschiedensten Aufzuchtbecken und Fischteichen. So umfasst die Aquafarm 83 Süßwasserteiche, 453 Salzwasserteiche und 155 Fischteiche. Und weiter sind sie in verschiedene Funktionsbereiche eingeteilt. Beim Bau der künstlichen Fischteiche wurden die neuste Technologie eingesetzt. So wurde der Beton mit der höchsten Lebensdauer verwendet. Und das ist eine wichtige Entscheidung, denn er nimmt bestimmten Raum ein. Und dadurch wird das Fassungsvermögen des Teiches kleiner. Bei der Herstellung dieser speziellen Betonmischungen nimmt man dreimal mehr Füllstoff als üblich. Und so ist die Mischung bei der Arbeit ziemlich dickflüssig. Nachdem die erste Betonschicht gegossen wurde, lässt man diese vollständig aushärten und wiederholt dann diesen Schritt, bis eine Betonstärke von 10 cm erreicht wird. Sollte der Erdboden zu weich sein, wird vorher zusätzlich eine dünne Schotterschicht aufgetragen und mit einer 1 cm Sandschicht bedeckt. Danach wird der Boden verdichtet und für die Bodenauskleidung werden hochwertige Geokunststoffe verwendet mit Geomembranen mit geringer Durchlässigkeit. Der Aquafarmkomplex umfasst auch ganze Fabriken, unter anderem eine Verpackungsanlage. Dank einer eigenen Füttermühle produziert Berkett Gallion sein eigenes Fischfutter. Und weiters werden hier fast alle Arten von Garnelen, Wolfsbarschen sowie Meereschen und Tilapia gezüchtet. Da der Fisch irgendwo gelagert werden muss, verfügt das Unternehmen über die besten Kühlkomplexe, die Eis zur Lagerung von Fischen produzieren. So ermöglicht die erste Ausbaustufe des Megaprojekts, in einem Jahr 6000 Tonnen Garnelen und 14.000 Tonnen Fisch zu erzeugen. Dank dieser Megafarm ist Ägypten der größte Exporteur von Fisch und Meeresfrüchten für Europa und den Nahen Osten geworden. Aquafarm ist zum größten Unternehmen in Afrika geworden und übertrifft die Produktion von Zimbabwe, welche vorher die größten Aquakulturen betrieb. Vor dem Bau der Megafarmen mussten die Ägypter Fische auf hoher See fangen und haben dabei oft die Fanggebiete anderer Länder verletzt. Der unkontrollierte Fischfang führte zur Verarmung der Fauna, was zu einer Unterbrechung der Nahrungskette führen kann und so hilft der Betrieb solcher Farmen, all diese Probleme zu lösen. Genau diese Projekte sind wichtig, denn sie helfen die Entwicklung der Gebiete beim Suezkanal und bei der Sinai-Halbinsel voranzutreiben. Was haltet ihr von diesen Aquafarmen? Sind sie hilfreich oder eher schädlich? Schreibt uns dazu einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte einen Like und teilt dieses Video mit euren Freunden und bis zum nächsten Mal!